Ich überlege gerade mit einer Studentin, wie sie am besten die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Schulunterricht untersuchen könnte. Habt ihr wahrscheinlich überlegt zu befragen, oder? Die Lehrer oder die Schüler? Ja, wir haben aber auch gedacht, dass wir vielleicht während des Unterrichts beobachten, wie die Schüler zum Beispiel ChatGPT zum Lernen einsetzen. Ja, da wäre es auch spannend zu schauen, was die überhaupt für Anfragen eingeben. Vielleicht kann man auch so ChatGPT-Protokolle einmal auswerten. Also sprich Befragung, Beobachtung oder Artefakten-Sammlung. Naja, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile, je nachdem, was ihr halt genau wissen wollt. Was findest du eigentlich die wichtigsten Vorteile von einer Befragung? Ja gut, grundsätzlich einmal, dass sie so breit ist, also dass man sie eigentlich überall anwenden kann. Ob es jetzt um Wissen von Menschen geht, Einstellungen, Meinungen, aber auch um bis zu Verhalten. Was haben sie gemacht? Was haben sie sich dabei gedacht? Ja, das stimmt. Und was ja da ganz ein wesentlicher Vorteil ist, dass man gut Zugang bekommt zur subjektiven Sicht. Das heißt, man kann relativ gut herausfinden, welche Bedeutung sie Dinge zuschreiben, wie wichtig ihnen Sachen sind, wie sie Erlebnisse interpretieren. Das geht eigentlich fast nur mit Befragung. Kaum eine andere Methode kann das so gut. Und das auch wirklich über einen extrem langen Zeitraum. Also man kann ja, auch wenn ich wissen will, was sie vorher drei Jahre gemacht haben, dann muss ich nicht hingehen in die Vergangenheit, sondern ich kann sie halt dazu befragen. Natürlich, immer soweit sie es noch wissen, aber ich habe dann quasi mit einem Gespräch teilweise Informationen über deren gesamte Lebensgeschichte. Ja, zum Beispiel in einem biografischen Interview. Genau. Oder auch Wissen, über was sie beabsichtigen und was sie vorhaben in der Zukunft. Das ist das Ganze extremst, das Wissen sprachend macht. Das stimmt. Das ist sicher weniger aufwendiger, als jetzt andere Verfahren für die gleichen Gegenstände herzunehmen. Aber Nachteile hat die Befragung natürlich auch einige, oder? Ja, sicher. Also allen voran, dass man nur das von einer Person via Befragung erfährt, was sie mitteilen kann und will. Man ist abhängig von den Befragten ziemlich stark, ja. Ja, wie gut sie sich ausdrücken kann, woran sie sich erinnern kann, auch ob sie bereit ist mit der Person, die sie fragt, sei es elektronisch oder persönlich. Beim Interview ist es noch ein Tick intensiver, dass dieses Verhältnis zwischen der befragten Person und den Befragenden halt passen muss. Ja, das erleben wir schon oft auch, gerade in qualitativen Interviews. Nicht alle öffnen sich gleichermaßen. Nicht alle sind in derselben Weise fähig, auch sprachlich Dinge auszudrücken, gerade wenn es um Emotionen geht. Sachen, die weiter zurückliegen, sind auf jeden Fall von der Erinnerung stark verzehrt auch. Oder Sachen, die routiniert sind, also die ich einfach im Alltag mache, ohne wirklich viel darüber nachzudenken. Ob ich jetzt auf mein Handy schaue, wie oft ich auf mein Handy schaue. Ich kann ja zwar einschätzen, wie oft sie ist, aber die Chance ist relativ hoch, dass das einfach nicht stimmt. Ja, also Routinen. Ja, und Unbewusstes können wir natürlich gar nicht erheben. Ja. Alles, was mir nicht bewusst ist, kann ich nicht verbalisieren. Da sind die Grenzen dann schon sehr deutlich auch da. Was auch ein Thema ist, ist, dass die Situation natürlich immer eine künstliche ist. Das heißt, die Befragung findet in einer Situation statt, die sehr stark gestaltet ist. Und auch das nimmt natürlich Einfluss darauf, wie die Leute antworten. Wie stelle ich die Fragen, aber auch wann und wo findet das statt, unter welchen Bedingungen. Also einige der Probleme, die man bei Befragung hat, kann man ja auch auflösen, indem man einfach beobachtet. Also gerade wenn es um die Erfassung von Verhalten geht. Da ist man dort und sieht, was die Person tut und sieht das unabhängig davon, wie gut sie es ausdrücken kann oder selbst weiß, was sie tut. Ja, also die ganze Verzerrung durch sprachliche Fähigkeiten, Erinnerungsvermögen, Routine, aber vor allem auch Unbewusstes. Also mit der Beobachtung kann man ja tatsächlich auch Verhalten erheben, dass die Leute selber gar nicht wissen, was sie machen. Das ist schon ein sehr großer Vorteil, finde ich. Das auch potenziell in einem extrem natürlichen Umfeld. Also dort, wo sie, man kann sie ja bei einer Weltbeobachtung richtig dort erwischen, wo sie üblicherweise sind. Genau, wie sie halt auch im Alltag wirklich agieren würden und ohne, dass man jetzt als Forscher durch die Erhebung eine künstliche Situation herstellen muss. Also wenn ich zum Beispiel schaue, wo Leute denn am meisten gehen, also welche Wege am meisten benutzt werden und ich schaue mir das einfach an, die Leute verhalten sich tatsächlich einfach so, wie sie jeden Tag auch da gehen würden. Und da kann ich sozusagen eine Situation erfassen, die ich selbst nicht durch die Forschung beeinflusst habe. Das ist schon eigentlich ein sehr großer Vorteil der Beobachtung, finde ich. Und wir wissen ja dann auch in dem Moment, was alles passiert ist rundum. Also wir können die Rahmenbedingungen einfach miterheben, weil wir direkt dabei sind. Genau. Wir können sie zur Interpretation auch heranziehen. Und wenn man technische Geräte verwendet, kann man ja auch teilweise, also von Videoaufnahmen, Audioaufnahmen bis hin zu sowas wie Pulsmessung oder irgendwelche physiologischen Indikatoren von dem, wie es den Leuten geht, Gesichtsmimik. Und also inzwischen gibt es ja eh Haufen Möglichkeiten mit der künstlichen Intelligenz oder Gesichtserkennung, die man da potenziell einsetzen kann, um auch Aufschluss über Verhalten zu kriegen. Aber natürlich hat genau diese Nähe an der Situation auch den Nachteil, dass die Situation halt eingeschränkt ist. Also in der Regel beobachtet man jetzt nicht über Jahre hinweg, sondern nur im Laufe einer konkreten Situation oder zumindest einem konkreten Zeitabschnitt. Und das ist halt einschränkend. Potenziell auch ziemlich aufwendig, je nachdem, wie man dabei vorgeht. Inzwischen hat man eben, wie gesagt, viele technische Hilfsmittel. Es ist auch nicht so schwierig, auch über, keine Ahnung, eine Woche hinweg Videomaterial zu speichern und dann nachträglich zu analysieren. Vor allem, wenn man irgendwie automatisiert bestimmte Sachen rausziehen kann. Aber dennoch, es ist im Vergleich jetzt zu einem biografischen Interview, wo man die ganze Lebensgeschichte von einer Person erfährt, dann doch weniger. Es ist halt einfach situationsgebunden. Der Nachteil ist aber auch, dass man, es ist halt vor allem eine Verhaltensmethode, eine Methode, die sich wahnsinnig gut dafür eignet zu schauen, was tun die Leute, wenn es darum geht, was denken Menschen, was geht in ihren Köpfen vor, vor allem auch, welche Bedeutung schreiben sie Dingen zu, dann ist es mit der Methode halt nur sehr indirekt möglich, hier Aussagen zu machen. Also da, wo die Befragung die Stärke hat, hat dann die Beobachtung ihrer Schwäche. Also mit Befragung und Beobachtung hat man eigentlich schon ziemlich viel abgedeckt. Das sind ja auch die etabliertesten klassischen Erhebungsmethoden der empirischen Sozialforschung. Ja, und gemeinsam ist ihnen, dass man Daten da aktiv herstellt, also produziert im Forschungskontext. Zum Beispiel, indem man etwas aufzeichnet, notiert oder TeilnehmerInnen etwas ankreuzen oder hinschreiben. Aber manchmal gibt es ja auch Daten, die einfach schon vorliegen. Also die aus anderen Kontexten vielleicht nicht unbedingt der Forschungskontext entstanden sind. Ja, zum Beispiel sowas wie Briefwechsel, Mailverkehr, Protokolle von Sitzungen, aber auch sowas vielleicht wie Filme, Zeitungsartikeln geben ja auch Informationen preis, die interessant sein könnten. Und da kann man dann auch Daten erheben, indem man einfach diese von Menschen produzierte Artefakte in irgendeiner Weise zusammensammelt. Ja, und der Vorteil daran ist dann, dass das alles in einer sehr natürlichen Situation entstanden ist. Dadurch, dass es eben nicht in einem Forschungskontext entstanden ist, wir nicht diese Daten produziert haben, sind sie halt so, wie sie sind. Das heißt, die Leute haben sich ganz natürlich verhalten. Es hat auch eine gewisse Verhaltensnähe dadurch. Also es kann auch als Beweis für bestimmte Verhaltensweisen dienen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel E-Mail-Verkehr habe, der einfach beweist, dass zwei Leute Kontakt miteinander hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Oder dass sie eine bestimmte Aussage auch getätigt haben. Und es ist auch oft unaufwendiger, als wenn man eine ähnliche Situation künstlich herstellen möchte, beziehungsweise manchmal kann man es ja gar nicht künstlich herstellen. Nehmen wir zum Beispiel eine Parlamentssitzung, die werde ich nicht nachbauen können, aber ich kann die Protokolle heranziehen und sehe dann durchaus auch, was dort passiert ist. Aber bei der Interpretation solcher Protokolle muss man natürlich die Grenzen davon auch mitdenken. Also dass nur, weil etwas so drinnen steht im Protokoll, ist das ja nicht unbedingt ein eindeutiger Beweis, dass es passiert ist. Vor allem sind vielleicht Sachen passiert, die nicht protokolliert worden sind. Oder wenn wir zurück an die E-Mails denken. Ich kann zwar belegen, dass jemand vielleicht eine Meinung geäußert hat, aber je nachdem, an wen sie das geschrieben hat und was da die Hintergründe waren, muss diese geäußerte Meinung auch nicht unbedingt mit ihrer tatsächlichen Meinung entsprechen. Das hat damit zu tun, dass wir den Entstehungskontext der Daten eigentlich selten kennen und der wäre halt für die Interpretation oft schon recht wichtig. Auch insofern, als man vielleicht aus dem Entstehungskontext gar nicht an alle Infos rankommt, die einen selbst interessieren. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt bei einer Sitzung mich nicht dafür interessiere, welche politischen Entscheidungen getroffen worden sind, sondern wie die Leute miteinander agieren, welche gruppendynamischen Prozesse dort passieren, dann wird das sicher nicht im Protokoll stehen. Das heißt, oft enthalten diese Daten dann nicht immer genau das, was wir eigentlich brauchen und eignen sich dann nicht für jeden Kontext. Und man kann nicht im Nachhinein nachfragen. Wie man sieht, hat jede Methode so ihre Vorteile, aber natürlich auch ihre Nachteile. Ja, und die Kunst der Forschung liegt ja darin, einen Weg zu finden, der möglichst viele Vorteile zur Beantwortung der eigenen Forschungsfrage bringt.